Der passende Partner für die Actioncam DV82.Aqua ist dieses Helmhalterungsset von Somicon. Maximale Flexibilität erlauben die verschiedenen langen Gurte. Da ist garantiert für jeden Helm das passende dabei. Die Halterung selbst ist mit wenigen Handgriffen am Gurt befestigt. Ebenso leicht positionieren Sie die Halterung anschließend auf dem Fahrrad-, Skater- oder Motorradhelm. Stecken Sie dann eines der beiden Kugelgelenke auf die Halterung. Sie haben die Wahl zwischen einem Modell mit geradem und einem mit geknicktem Sockel. Jetzt wird noch die Actioncam aufgesteckt und schon kann es losgehen. Dank der Halterung sitzt die Kamera auch bei wilden Stunts absolut sicher. Durch die flexiblen Silikonbänder lässt sich die Kamera auch an anderen Stellen stabil montieren. Die universelle Helmhalterung von Somicon ist ein unverzichtbarer Begleiter für Ihre Actioncam. Wirklich coole Einstellungen sind damit garantiert. Und dann آ wtih im Schlag nhất. Dank des Walters Ich glaube, es bleibt Ihnen sehr schön. Dassel Geheiten gibt sich das schluss für unsere 카�ien zusammenkennen. undieß Olivaren Ko叫et´s für Karte. Wie買 Sie die Son- und Schicht 63